Wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, müssen sie unverzüglich in sogenannte Erstaufnahmelager. Obwohl diese bereits aus allen Nähten platzen, wurde die maximale Verweildauer dort von drei auf sechs Monate erhöht. Auch danach dürfen Geflohene nicht etwa zu Verwandten ziehen oder sich selbst eine Wohnung suchen, sondern sollen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. So sieht es das schon 1982 verabschiedete Asylverfahrensgesetz vor. Am rigidesten wird dies von Bayern umgesetzt. Während in anderen Bundesländern oft nur vergleichsweise wenige Flüchtlinge in Lager leben müssen, sind es in Bayern über 80 Prozent. Auskunft über den tieferen Sinn dieser Vorschrift gab bis vor kurzem die Bayerische Asyldurchführungsverordnung. Die Verteilung und die Zuweisung soll die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern. Entsprechend sind die Lager eingerichtet. Vier bis sechs Asylbewerber oder Bewerberinnen zusammengepfercht auf engstem Raum, manchmal über mehrere Jahre. Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsklo, Gemeinschaftsduschen – an ein Privatleben ist kaum zu denken. Die sanitären Anlagen sind oft heruntergewirtschaftet, verschimmelt und verrostet. Nicht selten liegen die Lager abgelegen, separiert von der Gesellschaft, ohne Anschluss an das öffentliche Nahverkehrssystem. Hinzu kommen Gängelungen der verschiedensten Art. Heimverwalter haben zum Beispiel das Recht, unangemeldet die Zimmer zu kontrollieren, auch von Frauen. Und Lager sind teuer. In Bayern steht Geflohenen lediglich eine Wohnfläche von sieben Quadratmetern zu. Für einen derartigen Platz verlangen private Anbieter zwischen 15 und 40 Euro pro Tag, bis zu 1000 Euro pro Monat. Aufgrund der ansteigenden Flüchtlingszahlen wird von Kommunen inzwischen nahezu jede Unterbringungsmöglichkeit angemietet. Bislang unvermietbare Bruchbuden werden so über Nacht zu wahren Goldgruben. Außerdem, Lager machen krank. Eine Tübinger Studie stellte fest, über die Hälfte der Insassen von Lagern sind von Depression, Apathie, Aggressivität und psychosomatischen Störungen betroffen. Außerhalb untergebrachte Asylsuchende zeigen deutlich weniger Symptome. » Vielen Dank.